Die sich hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab dem 1. Dezember zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020